Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Glaub ich, dass ihr wieder hier seid und dabei. Ja, Nine Parchments geht weiter. Nahtlos, hoffe ich. Ja, wir haben einen Boss bisher besiegt, oder? Ja, ich glaube einen. Und sind direkt auf dem Weg zum Zweiten. Let's go. Hier wechsle ich Zauber. Wie schieße ich denn nochmal? Echter Stick, genau. Was war nochmal? Der Blink, ich bin tot. Instant. Wo ist nochmal der Blink? Auf X. Bin auch tot. Derchen. Es geht ja gut los. Wie geht das? Einfach stehen bleiben. Und sterben. Okay, haben wir kapiert, geht 1A. Super, sind wir rein? Ja, klassisch. Also X war der Blink, genau. Okay, die explodieren beim... Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, warum ich mich nicht geschossen habe. Ich bin tot. Ja, ja, jetzt, 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 jetzt bist du wieder da. Hilfe, ich kann mich nicht bewegen. Ach, daran liegt es. Ich kann nichts machen. Ehrlich? Ja. Sogar gar nichts ging, oder wie? Ich bin tot. Falsch. Eis, Eis da. Eis. Jetzt hat. Jetzt hat. Jetzt haben wir. Jetzt hat. Jetzt hat. Jetzt hat man. Ah, Mann. Okay, zwei dumme, ein Gedanke. Wenn wir natürlich beide gleichzeitig teleporten, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich gemacht habe, welcher ich bin. Ich hatte das letzte Mal nicht so Probleme wie du, zu sehen, welcher ich bin. Bäm. Weg, you whams. Das ist so gut. Warum kriegen die Mikrofone ein Echo vom Spiel Sound? Kriegen sie? Hä? Hä? Wenn du rumläufst. Witzigerweise. Mach du mal Dinge. Schieß mal irgendwas, oder so. Thilo. Gibt es ein Spiel? Echo Sound, Thilo. Hi, grüß dich. Hey, ich steig dich einschalten. Thilo, du könntest mal kurz zwischendurch sagen, ob es irgendwie vom Spiel ein Echo gibt oder sowas. Oh Gott. Ah, Hilfe! Hilfe! Nein! Du hast mich schön erwischt. Bitteschön. Danke schön. Gibt's hier unten was? Gibt's hier unten was? No, no, no. Die Welt sieht sehr schön aus. Ja. Das sieht so Avatar-mäßig aus. Voll, ja. Nach Hippie-Blumen. Nach einer Hippie-Welt sieht das aus. Tilo, wie geht's? Tilo, wie geht's? Ihr alle da draußen, die ihr am Start seid, wie geht's euch? Erzähl dir was von der anstrengenden Woche. Anstrengend? War deine Woche anstrengend? War deine Woche anstrengend? Ah, nicht mich killen, bitte! Oh, bin ich? Ja, unten raus. Du bist rausgelaufen. Ja. Ich bin rausgefallen. Oh nein! Der war gut! Hier muss definitiv wieder reinkommen. Ich hab jetzt nichts an Echo raushören können. Cool, Tilo, passt. Dankeschön. AV-Rising ging ja jetzt in die Full-Release letzte Woche. Just saying, ja stimmt, wir haben auch drüber gesprochen, aber dann haben wir dieses Spiel hier bekommen. Das haben wir geschenkt bekommen und deswegen machen wir erstmal das hier. Tierproduktfreie Donauwelle gemacht zur Geburtstagsfeier meiner Kollegen. Und das ist mir hervorragend gelungen. Okay. Nice. Das lässt sich in der Donauwelle tatsächlich super umsetzen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Nicht ärgerlich. Ja, einfach das nächste Mal dran denken, den Controller mitzubringen. Ja, du wolltest boxen. Mal mit diesem Stab prügelst du. Du musst da erst wieder reinkommen. Wo waren das noch? Ah, ein linker Trigger. Genau. Oh, geil. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Oh, das ist cool. Oh mein Gott. Das ist der Boss. Oder? Das ist der Boss. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Schieß auf es. Du kannst nur mit, äh, Feuerschaden, Mann. Oder mit, ähm. Die will schlagen. Ich sehe schon, dass du es schlagen willst, aber es klappt halt nicht. Oh, danke für den Heal. Aber denk dran, Gegner heilen sich da drin auch. Ich bin mit dir an der Seite. Yes. Neue Stufe. Level Up. War das denn der Boss jetzt? Nee, der Schweinestall. Das da links unten siehst du. Okay, jetzt kommt. Ah, 2. Ich bin hier nachter. Ja. Hilf mir. Mit dem hier. Lass erst einen. Er haut mit dem Stecken da drauf. Eben kennt ihr. Thilo, ey. Oh, ey. Die bin denn so brutal rein. Ah, das geht's, nein. Ja. Ja, es kommt. Einen haben wir. Ah, die wollten ja schlagen. Es hat leider nicht so klappt. Aber ihr willst ja alle verprügeln. Oh, ich bin noch nicht fertig. Also, das ist ein Lila, ne? Was kann ein Lila? Er friert jedenfalls mal ein. Schon mal nicht schlecht, wenn sie einfrieren. Ah. Wo bin ich jetzt? Tot. Okay, geh nicht in die Linger rein. In den lilanen Grützezeug. Hey, nicht mich. Nicht mich einleiten, bitte. Ah. Hilfe. Nein. Aua. Ich brauch Heilung. Ich brauch Heilung. Ich brauch dringend Heilung. Hilfe. Aua. Aua. Einer ist weg. Gut. Ah, zwei sind schon weg. Ist der letzte? Okay. Nice. Ja, dann verprügel ihn. Schön. Gut gemacht. Who am I? I am Champion. Nice. Den zweiten Boss besiegt. Ich sehe in Steam, dass du was spielst und bin mir dann ja beinahe schon sicher, dass du das in die Welt hinaus streamst. Thilo, es freut mich, dass du das feierst. Weder eine Zauberseite. Ja, da kannst du jetzt einen aussuchen. Blitzpfeil, Heilstrahl, Blitzstrahl. Blitzpfeil. Verschießt einen Blitzpfeil, der einem einzelnen Ziel Schaden zufügt und es betäubt. Der Pfeil springt auf andere Ziele in der Nähe über. Ja, finde ich cool. Todespfeil. Je länger der Todespfeil fliegt, desto mehr Schaden fügt er dem Ziel zu. Oder irgendwas mit Hilfe. Das sieht man nicht. Feuer. Nachher zu strahlen. Das Feuer wird jetzt 2 Sekunden aufrechterhalten. Oh nein, das zieht so Schaden. Boah. Ja, jetzt schwierig. Feuer oder Todespfeil? Klingt beides gut, ehrlich gesagt. Was nehme ich? Chat? Musst du wissen. Nein, Chat. Ihr müsst entscheiden. Feuer, Strahl oder Todespfeil? Und zwar jetzt brauchen wir eine Antwort. In 5, 4, 3, 2, 1. 1, ja der Name nicht siegt. Todespfeil ist es geworden. Todes, da Flippo schreibt auch Todespfeil. Ganz klar, gut. Thilo auch Todespfeil. Hätte ich auch nicht anders vermutet. Gut. Ich habe meinen Boxen weiter ausgebaut. Das Delay ist arg. Okay, da kann ich mal demnächst mal schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen weniger machen. Oh mein Gott, die springen auch in unsere Richtung, die Pfeile. Das ist mies. Ich bin runtergefallen. Und wir haben Schilde. Fuck, ich vergiss immer, dass man runterfallen kann. Entschuldigung. Die haben Schilde. Die, die, die feuern das zurück. Aha, ich bin. Kill sie. Jawoll. Geht doch. Okay, Todespfeil ist kacka. Todespfeil ist kacka. Ah, das ist Feuer. Okay, davon renne ich. Ja, weil das so super zurück reflektiert wird. Ja, das ist bei meinen Blitzdingern ähnlich, aber das kommt immer auf den Gegner auch an. Der ist immun gegen Eis. Bitte nicht mit Eis auf ihn schießen. Tilo meint, du kannst gerne runterzählen, aber ein bisschen länger warten einfach. Ah, okay. Oh, immun gegen Blitz. Alles klar. Dann prieren wir ihn halt ein. Verhau ihn! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein! Ich bin in irgendein Zeug bin ich rein und gestorben. Oh, das wird irgendein, das wird irgendein. Hau lieber ab! Uh, okay, danke. Wie auch immer das gerade funktioniert hat. Okay, einer ist kaputt. Ah, ich eis mich selber. Oh, der ist ja gut wie tot, scheiße. Nein! Oh, ich bin tot. Lol, ich bin ins Loch gefallen, nein! Oh, shit. Oh, fuck. Oh, alter Mie. Da haben sie die aber gegeben. Danke. Bitte. So, der ist geeist. Irgendwas heilt den. Hör auf, hör auf, hör auf. Warum heiltest die? Ja. Manche Dinge werden heilen, die halt. Keine Ahnung. Aber wenn ich draufschlag, kann der unmöglich heilen. Ich bin schon wieder ins Loch gefallen. Nein! Oh, und fast schon wieder, ey. Das bin ich tot. Ach, ich bin so ein Depp. Ähm. Ja, alter, wenn man die Feuerdämonen schlägt, halt. Das muss nicht das Feuer sein, die haben zwei Attribute. Du kannst mal gucken, die haben so ein kleines Symbol an ihrer Lebensanzeige dran. Hahahaha, hab ich dich geblitzt? Hahaha, geil. Ja, aber wenn die schlägst, dann heilst die. Ja, das sind aber nicht die, das ist irgendwas anderes. Ja, Moment. Du hast doch den Heilzauberstab, oder? Kann das sein? Hahaha. Geil. Ah, du kannst den aber wechseln, wenn du möchtest, gerade. Nee, heil ab jetzt immer, indem ich euch verprügelt. Wie geil ist das denn? Nein, ich möchte natürlich einen anderen. Ja, drück Y war es, glaube ich, ja. Er heilt die Leute mit seinem Heilzauberstab. Hahaha. Geil. Ja komm da erstmal drauf, gut. Ja, ne, das war dumm. Na, da heil ich die. Ja, jetzt gehts auch. Jetzt kann man den echt super verprügeln. Ah, ich hab mich selber geschockt, geschockt gerade. Ja, der steht leider in dem Heil-Ding drin. Super, jetzt gehts. Ey. Oh. Er aimt einfach mal hart nach links, haha, und gibt mir einen mit, ey. Machst du auf? Komm jetzt mit. Oh, Fluch. Nein, 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 nein. Ich sterbe hier. Oh Gott. Oh, du bist ja hinter dem. Sorry. Jawoll. Wir sind einfach gut. Oh. Hartes. Button mescheln. Is it running water? Is it running water? Ja, hier sind Wasserfälle. Was denn sonst? Ah, immun. Ähm. Oh. Nein. Warum kann ich nicht schwimmen? Da ist ein Loch, pass auf, da. Was ist das? Oh, sieh was? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Was war das? Was war was? Nein, ich habe mich selber geschockt. Oh. Oh. Knapp, knapp, knapp. Na, so knapp. Na ja, klar, dann brauch ich die Heilung. Ah. Mann. Ja, ich hätte Heilung benutzen sollen. Wäre ja, hätte ich ja machen können. Ja, aber das ist voll doof, weil normal hast du das. Ah. Achtung. Was? Warum? Warum machst du das? Warum? Warum ich? Du? Du hast mich geschlagen, ja. Ach so. Oh, jetzt geht's wieder voll ab. Einfach einen instant killen, Bastille. Hilf mir bei dem hier oben, schnell kurz bei dem dicken. Ah. Nochmal, jetzt. Danke. Bast. Good. Das ist halt auch mit dem Kabel da oben so, wenn du das nach oben knickst. Ansonsten geht's. Ey, das hatten wir ja schon. Ihr seht, da, hier waren wir. Ah. Hilfe. Aua. Entschuldigung, das war vielleicht ich. Jawoll. Erledigt. Ja, die haben die oben gekallt gemacht. Ah, nice. Na, geht doch. Oh, die haben Kanonen. Oh. Oh. Ey, der Stab macht voll viel Schaden auch. Das ist voll krass. Eigentlich. Halt er da hinten die? Ja, tut er. Ja, tut er. Und tut. Vielleicht hat mein Blitz dich erwischt. Das ist einfach so geil. Oh Gott. Oh Gott. Nicht, 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 nicht. Ah, warte, warte, warte. Da ist diese Feder. Haben wir alle fünf? Ja. Ja, sehr schön. Wir haben den neuen Stab freigeschaltet. Oh. Feuereis und Blitzwiderstand, Zauberkraft und Flächenzauberladung, Lebenszauberkraft, Nahkampfschaden, Zauberkraft, Zauberregeneration will ich haben, auf jeden Fall. Aufschluss dann. Ah, ja. Gut. Gut, der Herr. Direkt die erste Feder gefunden. Oh, warte mal. Der andere Zauberkraft. Welcher war das? Der hier. Plus 20 Prozent schnellere Zauberregeneration. Plus 50 Prozent zufällige Regeneration von Zaubern nach Teleportieren. Den will ich haben. Der andere hatte Schaden, wird geheilt. Kritische Treffer, fünf Sekunden nach. Ja. Nee, das ist cool. Oder den Besen. Night was descending fast upon the Tundra, bringing along with it the coldest of breezes from the ever frozen hills. Ui. Nein. Das war jetzt vielleicht ungeschickt. Das war vielleicht sehr ungeschickt. Weil jetzt stehen sie halt auch in diesem Heilzeug drin, ne? What? Aufsch bitten, gosh. Eu! Ow! Au! GewEstetern. Au! Wie hast du das gemacht? Oh! Ich hab ihn verprügelt, wenn es auch noch� 결과ben! Regeln! Ins explicar! Haben sie auch Fischi animiert? Nein. Keine Fischi. Und wie denn? Oh, die kommen zurück. Ups. Die mit ihren dummen Schilden. Ja, ich glaube, wir haben sie alles. Alter, der Todesfall sieht doch voll nice aus. Ja, der kommt doch da unten zurück. Ja, nur wenn du Schilde triffst, da kommen alle Zauber zurück. Umso länger er fliegt, umso mächtiger wird er. Und der ist immun, schätze ich. Guck, der ist gegen ein Schild geflogen. Kommen ja alle Zauber zurück. Ja, die müssten von Heilzaubern Schaden kriegen, oder? Oh, ich bin tot. Sogar mächtig viel Schaden. Oh oh. Oh, ja, wild. Oh, ja, das... Mutig. Oh, du bist das. Ähm, braucht nicht mehr viel. Ja, doch. Hau ab, hau ab, hau ab, nicht so lang. Jetzt, genau, jetzt... Machst du noch mal ne Runde und dann gehst du wieder rein. Da liegt Heilung. Rechts oben. Ja, guck mal. Easy. Ja, guck mal. Easy. Ja, guck mal. Easy. Then. Ja, sorry. Das ist einfach so geil. Wenn ich dich dann so auch höre. Sorry, ich kann auch nichts dafür, dass der einfach random in irgendeine Richtung geht. Der Blitz. Oh, heilig. Nix mehr, okay. Ich könnte versuchen aufzuhören, Blitz zu schießen im Allgemeinen. So hässliche Verfolgungsdinger jetzt hier. Der Gegnerverfolgungs... Dings. Jawoll, Explosionen! Ach, es ist einfach so köstlich. Wenn wir gerade eine Welle kaputt gemacht haben an Gegnern, brauchst du übrigens keinen Heilsauber verwenden. Oh Gott! Ey, ihr Schweine! Ich bin tot. Ja? Ja, der Drache springt voll völlig. Pass auf. Oh, nein. Genau, das gleiche wie bei mir. Du bist auf dem Schild fixiert und dein Strahl wird zurück und dann vom Trailer von hinten springt drauf. Ja, vor allem, wenn du keine Ausdauer mehr für den Ding hast. Für den Blink. Ah, Hilfe! Hören Sie bitte auf, mich anzugehen. Hören Sie bitte auf, mich anzugehen. Ja, tut mir leid, aber ich war gerade irgendwie beschäftigt. Mit Gegner killen. Ah, ja, das ist schon okay. Ey! Kann der jetzt, dieser kleine Mist... Oh, jetzt bin ich down. Aber der kleine ist weg. Sehr gut. Schön. Geht doch. Eine Feder noch, dann gibt es nochmal einen neuen Stab. Aber was für Kugeln da zurückgeflogen kommen von dir, ey. Oh, sorry, das sind meine, glaube ich. Ich gehe jetzt mal hinter die... Dass wir ein bisschen... Jetzt hat leid, guck mal. Sorry. Da war einer von mir dabei. Was passiert hier? Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Das war nicht ich. Nein! Ich bin da auch gesetzt. Warum bin ich so langsam? Ich bin tot. Ja, genau, gegen den... Nein, stopp! Oh, vor... Huch! Knapp! Ich habe nämlich auch gegen das Ding geschossen und die Explosion von meinen eigenen Schüssen hat mich gekillt. Danke. Danke. Kann ich die oben lang was? Nein, oder? Nein. Wuii! Ey, cool, den Heilsauber hinter die Gegner geworfen. Nice. Ja, kann ich nicht hingucken. Hier, nimm das! Hat ich nicht super gemacht, ja? Ja, haha. Habe ich nicht super gemacht, ja? Haha. 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 Ja, ja. Haha. Haha. Bam, 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 bam. Explosionen! Stirbt! Fertin! Oh, sa... Oh! Ups. Vielleicht bin ich in den Tod gestürzt. Vielleicht war ich auch ein bisschen mitverantwortlich für. Haha. Echt? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, um ehrlich zu sein. Oh, not done yet! Die Kupfereule können wir vielleicht bald spielen, wenn wir die Erfolge freischalten. Äh... Gib mir die Heilung! Ne, wir brauchen das lila, ne? Lila Gegner und lila... Ja. Nice! Achtung! Oh nein, ich bin tot! Danke! Okay. Oha! Ich will, ich will halt nicht da reinschießen, wenn du da direkt im Gegner drin stehst. Das ist voll schlecht. Ich denke, ich verbrügel ja die Gegner. Äh... Ja, okay. Huah! Jawoll! Hey, das seht ihr ja auch schon wieder sehr. In eisiger Kälte. Hey! Du brauchst nicht reinstecken, du musst nur wieder A drücken. Das Problem ist wirklich nur die Position des Kabels ganz kurz. Eigentlich funktioniert das alles noch bestens an dem Controller. Ich hatte nie Probleme damit. Die haben mir runter teleportiert. Ja. Ist schlecht, wo die nicht mal an deiner Stelle. Was ist denn das für ein komischer, hässlicher... Ist das ein riesiges Schnabeltier mit Kanonen? Ja, ich dachte erst, das wäre ein Gorilla, aber... Oh, der ist immun dagegen. Oh, aua! Nice. Verprügelt. Gibt irgendwas? Nee. Aua, aua! Hören Sie bitte auf! Ich bin tot. Uh! Das ist mies! Schieß doch nicht auf die Schilde von denen! Kannst noch ein Stück weglaufen, dann kommt mein Ding zu dir. Mein Todesding. Dankeschön. Dankeschön. Toi, hat's mir rausgekriegt. Schilder nicht auf die Schilder. Ja, ich versuch's. Oh, I'm not done yet. Au! Oh! 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 Ich hab immer Angst, dich zu treffen ab und zu, aber... Ja mein Gott. Du bist mir doch eh die Gäme zu treffen. Ich will's ja auch nicht übertreiben, oder? Das sieht echt schön aus. Oh! Hast du gesehen? Ja, ja. Ja. Ja, du hast... Natürlich die Zauber erwischt, gegen die sie immun sind. Au! Es ist so witzig! Ich feier's so! Flippo! Alter! Dankeschön! Äh, es kommt gar kein Alert. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, warum kein Alert kommt. Die Alertbox fehlt komplett. Flippo! Vielen, vielen Dank! Ähm... Ich muss gleich die Alertbox wohl noch hinzufügen. Wundert mich gerade, dass die fehlt. Oh, oh! Hilfe! Hilfe! Ich bin tot! Ah! Ah! Ich bin tot! Ich bin tot, was heilen die Mons noch ein bisschen. Ah! 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 Ganz schön anstrengend hier gerade. So, der kleine Salamander ist kaputt, jetzt haben wir nur noch den Dicken in der Mitte. Jetzt kannst du ihn erwischen, jawohl. Super, nice. Danke. Na ja, das ist schon ein bisschen insichtig, schönes Spiel also. Aber wir spielen es auch auf schwer, das muss man schon, also wenn wir es nicht auf schwer spielen würden, wäre es glaube ich zu leicht. Ja, ich glaube ja. Also so macht es schon Spaß, also das, so ein bisschen eine Challenge ist dabei, man muss auch Angst haben zu sterben zwischendurch und es ist nicht nur so, okay wir laufen da rein und, oh das war vielleicht der falsche Zauber. Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Hilfe! Was killt jetzt den? Auf jeden Fall blitz. Und Eis. Blitz und Eis, okay. Gott, da fliegt was. Okay. Ich war auch gerade kurz überrascht, dass da was von hinten kam. Wo ist er? Da. Sehr gut. Das ist gar nicht so einfach. Ja, man muss sich schon konzentrieren. Es ist einfach wild drauf loslaufen, aber es ist nicht. Nein, ich habe mich selbst geschockt. Hilfe! Oh Gott. Aua! Alter! Okay, ich bin tot. Sicher? Ja. Da kommen deine eigenen Dinger zurück. So geil. Ist dir schon aufgefallen, dass man feuerstrahlendem Eisstrahl aufhalten kann? Ja, ich habe es gesehen, gerade bei dir. Voll nice. Da kommen meine Blitzdinger zurück, was? Voll mies. Willkommen nicht ran. Wo ist ein Feuerzauber? Geht's da rein? They found something interesting in the wilderness. Marvex Feuerstab. Marvex Feuerstab. Ja, den bin ich. Plus 20% Feuerwiderstand. Teleport verursacht 50 Feuerschaden im Bereich. Okay, nee. Ich bleibe auf jeden Fall bei dem. Ah, nee, das ist cool. Okay, ja, Feuerexplosion. Ich bin tot, was? Ja. Ja. Wo bist du? Da hinten, da oben. Ah, da. Ah, hilf! Oh Gott! Ja, das ist gar nicht schlimm. Oh Gott! Ja, und wieder. Nein! Oh Mann, ey, ist das hart. Willst du ihn anlegen? Ah, nee, du hast ihn. Warum war ich jetzt wieder weg und jetzt wieder da? Das ist ja denkbar dummer Zeitpunkt, dass das passiert, oder? Ja. Allerdings. Chance. I'll save us. Hilfe! Ist das dumm. Ach shit, nee. Aua, oh Gott. Ja, der heilt sich jetzt natürlich in meinem Ding gerade drin, dummerweise. Dafür waren es jetzt weniger Gegner, weil du die Verbindung verloren hattest mit dem Controller. Schande? Ja. 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 Oh, okay. Cheater! Nein! Ich hätte mir jetzt auch zu sehen, dass er mir abgemeldet. Ach, da komme ich raus aus dem Spiel. Okay. Was machst du denn jetzt? Ich will wieder in den Spiel rein. Ja, jetzt. War ich gelb? Nee. Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich, also, ja, weil. Einfach nur Start. So, jetzt bin ich wieder der und du, genau. Jawohl. Okay. Ach, auf den. Okay. Wow, okay, alles klar. Ähm. Ähm. Okay, wir kümmern uns erst mal um den. Oh, sorry. Naja, gut, der ist down. Ich bin down. Scheiße, wie ging das? Ach, geht los, ja, okay. Der war gut. Ey, diese Schilde sind so nervig. Danke, weg mit denen. So, geht doch. Ja, schön. Ich finde sie immer verwirrt, bis du den richtigen Zauberer aus den Hasch. Ja, das ist Absicht, glaube ich. Naja, ist klar, wieso. So funktioniert halt das Spiel, ne? Ja, da geht's weiter, okay. Hi, sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben bestimmt schon eine übersehen. Fünf Stück gibt's immer. Ja. Ja. Ja, das war wichtig, dass wir den einen, glaube ich, schnell erledigt haben hier gerade. Ihr hässlichen Eisbücher. Ja, gegen meinen Zauberstab hat euer Schild nichts. So. Entschuldigung. Kein Problem. Was haben wir noch gemacht, man? Den Haas. dafür hat nicht zu wenig leben ja ich hab's probiert ich bin tot danke ich bin tot ich glaube es ist nur noch der dicke oder das funktioniert super das funktioniert hervorragend ah nice nicht gesehen was ich genommen hab so letzter boss oder nächster boss nicht letzter boss nächster eisfalken gipfel kommen sie jetzt sofort mit ich weiß gar nicht warum ich so ein kloß im hals habe ich weiß gar nicht wo ich bin ich bin tot du hast gar keinen seltsamen unfall wenn du zu weit weg läufst und ich zu weit hinten bin dann ja eisschnabel der herzlose bestimmt brauchen wir feuer gegen dich mich gerade gehauen sagen wir es gehen hör auf mich zu hauen eisschaden ja der kriegt eisschaden oh was ist das da kommen kleine pissviecher ah die explodieren ok alles klar ok alles klar ich glaube schon dass wir uns hier gerade gegenseitig gekillt haben ja kein problem dein komischen monster kopf kannst du auf den werfen hinter dem wals dein komischen monster kopf kannst du auf den werfen hinter dem wals das war auf mich warum ich war doch in heilung drin ja kill ihn mach ihn kaputt du kannst gegen den auch eis benutzen jetzt der ist nicht immun gegen eis nice nice das müsste es doch gewesen sein achtung die haben verprügelt auch mal patient sein hm kiste die sturm tiara Und ich will die aufziehen. Ja, Moment, dann... Naja, gut. Weil... Ich sage, danke fürs Einschalten. Nein, wir sind ja nicht so weit, oder? Doch. Warum denn? Komm. Doch, wir sind so weit. Na, na, dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr am Start wart. Und hau rein. Du genießt es. Adele.